Herzlich Willkommen zu Production Video Nr. 8. Es ist mal wieder ein Zeitpunkt gegangen bis zu diesem Video. Der Film ist seit gut 2 Monaten abgedreht. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken. Es war wirklich ein super Dreh. Die 3 Wochen haben extrem Spass gemacht. Also wirklich, Merci vielmals für euren Einsatz. Im Januar stehen jetzt nur die Nachdrehen von 2 Szenen an, die im Winter spielen. Aber sonst sind eigentlich alle Szenen im Kasten. Ja und nach dem Dreh ist mitten in der Post. Es sind ca. 15 Stunden Rohmaterial zusammengekommen. Das sind etwa 6 Termine. Und als erstes stehen jetzt in der Post einmal die Arbeiter am Schnitt an. Sind aber auch bereits Soundtrack-Arbeit im Gang. Und in einem zweiten Schritt stehen dann die Audio-Bearbeitung im Farbkorreger-Urbezeit für das Grading an. Dann ein wichtiger Punkt. Ja, ich denke das wäre es mit den wichtigsten Updates mal in aller Kürze. Wir haben doch... Ja, Merci vielmals fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Ja. 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 Ja.